Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade hier am aufräumen. Wie man sieht, die Lego-Kiste und die zwei anderen Kisten kommen in den Keller. Ich hatte so viel Tupper hier noch in der Küche, was wir nicht brauchen. Das haben wir jetzt alles umgeräumt und das, was zu viel ist, kommt ins Keller. Genau, ins Kinder. Ich wollte euch, ehrlich gesagt, das kleine Zimmer zeigen, wie das jetzt aussieht mit den ganzen Sachen, die wir spenden werden. Das sieht jetzt echt nicht viel aus, aber Leute, das ist die Welt. Ich schwöre es euch. Also, das alles sind Süßigkeiten bis zum Gehtnichtmehr und ich habe noch für 120 Euro bestellt. Einmal für die älteren Leute und einmal für die Kinder. Dann haben wir hier, sieht man jetzt nicht, das ist hier ein Adventskalender. Dann haben wir hier ganz viel Bastelzeug. Diese Tüte ist auch komplett voll mit Leinwändern zum Bemalen. Hier sind so viele Autos drin. Das ist komplett voll. Also bis zum Rand. Dann haben wir hier noch ganz viele Spielzeuge. Hier habe ich auch das Lego reingepackt und Bob der Baumeister. Das hatten wir vor allen lieben Zuschauern bekommen. Also jetzt nicht das, sondern bis die anderen Sachen hier drinnen. Genau. Dann haben wir hier ganz viele Bücher. Das sind, glaube ich, fast nur Bücher. Genau. Ja, eigentlich ganz, ganz viel. Und ihr seht, das waren jetzt knapp 500 Euro. Und der Rest von den Sachen kommt halt die Tage. Morgen kommt, glaube ich, die erste Süßigkeitenbestellung. Dann kommt heute die Partypfanne, die ich für das Pflegeheim bestellt habe. Was kommt noch? Dann muss ich heute ein Paket abholen von Mifos. Das machen wir jetzt gleich mit Audit. Bei der DHL. Dann muss ich noch ein Paket bei der GLS abholen im Kiosk. Ja, und dann können wir halt noch zwei fette Süßigkeitenpakete. Die weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wann die kommt. Eins habe ich gestern bestellt. Und ich habe endlich, wie heißt es, Schneidebreiter gefunden. Eine liebe Zuschauerin hat mich darauf hingewiesen, dass es bei Lidl 6 Stück für 2,50 Euro gibt. Dann habe ich direkt vier Packungen bestellt. Und Messer haben wir auch statt 15,50 Stück bestellt. Messer braucht man ja immer, aber diese Unterlagen sind eigentlich ganz gut. Genau. Und sonst warten wir jetzt einfach. Und ich werde auch nichts mehr kaufen, weil unser Budget ist komplett finito. Wir müssen ja noch Kartons und so kaufen, damit wir alles verstauen können. Ich kann ja nicht mit Typen da hinrennen. Ich wollte nämlich so alles ordnen, was für die Älteren ist, was für die Jüngeren ist, für Jungs, für Mädchen. Und da müssen wir noch Tütchen kaufen für die älteren Leute, damit wir die Süßigkeiten da reinpacken können. Also das ist viel Geld, wirklich. Das ist sehr viel Geld, was gespendet worden ist. Aber das staut sich halt alles an. Und dann am Ende guckst du auf dem Konto und du hast nur noch 70 Euro. Und ich habe gestern auch wieder 100 Euro ausgegeben für die Süßigkeiten und für die Schneiderbretter. Und 30 Euro für die Messer jetzt. Aber 50 Messer für 28 Euro ist nichts. Also mit Versand. Und ja, ansonsten warte ich jetzt einfach, weil es kommen noch Pakete von den Zuschauern. Und wenn noch am Anfang des Monats Spenden kommen, weil einige jetzt nichts mehr haben, dann kaufen wir halt natürlich mehr oder spenden das Geld, wenn es so viel ist. Und ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Lina, hör auf damit. Ich muss jetzt morgen für Linas Geburtstag langsam einkaufen. Ich habe jetzt so viel an diese Kinder gedacht, dass ich komplett mein eigenes Kind vergessen habe. Lina hat nächste Woche schon Geburtstag. Und also am Sonntag, am 3. feiern wir ihr Geburtstag. Und sie hat nur Geschenke. Ich muss sie noch einpacken. Ich muss noch Dekosachen holen. Ich muss noch das Helium abholen von Pesoras. Süßigkeiten und so müssen wir kaufen. Ich weiß noch nicht, was ich alles kochen kann für ihr Geburtstag. Na, Mausi? Da bist du ja wieder. Sie hat keinen Mittagsschlaf gemacht. Ne? Was willst du? Wo ist dein Obst? Da? Gib mal in deine Hand und geht's rein. Mama, was willst du denn? Was willst du? Da. 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 Nervt Mama dich? Weil bei dir die Dinnung. Willst du was essen? Ja. Bis dann. Willst du so einen Joghurt drinken? Aber du musst das auch trinken, ja? Hoppala. Ja, halt das mal fest. Nein. Kannst du uns das erstmal schütteln? Ja, ihr Lieben, sonst gibt's eigentlich nichts zu erzählen. Ich hoffe, das nervt euch nicht, wenn ich die ganze Zeit von der Spendeaktion rede. Aber da viele Zuschauer, da sehr viele Zuschauer gespendet haben, will ich natürlich erzählen, was gekauft worden ist. Ich werde noch einen Haul dazu abdrehen, hoffentlich. Mit Lina seht ihr, das ist schwer. Lina ist gerade in so einer Phase. Sie will Aufmerksamkeit und das ist auch gut so. Sonst vergisst das Mama in dem ganzen Stress. Ne, Maus? Ja. Heute gibt's übrigens Käfte bei uns. Ich mach Käfte. Dann holen wir von draußen dieses kurdische Brot und einfach düdelmäßig. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich möchte mich dann einfach gleich nochmal. Ich bin immer am selben Platz, hab ich das Gefühl. Ich muss heute sauber machen. Meine Freundin kommt morgen um 10 zu uns aus Hagen. Übrigens sind wir nächsten Monat auch in Hagen. Also am Weihnachten, glaube ich. Und dann feiern wir sozusagen Weihnachten zusammen bei denen. Und wir wollen auch wichteln. Mal schauen, wie das klappt. Ja, sie kommt morgen von 10 Uhr bis 24 Uhr oder so bleibt sie bei uns. Wir gucken nämlich einen Film. Wir müssen noch die ganzen Süßigkeiten in die Tütchen verpacken. Sie hilft mir dann. Ich werde das auch alles aufnehmen. Was noch? Dann wollten wir für Linas Geburtstag ein bisschen einkaufen mit mir, mit ihr. Ich muss noch Linas Kindersitz rausholen aus unserem Auto. Ey! Seht ihr? Ich bin so beschäftigt mit mir selber. Also mit Lina. Oder überhaupt. Ich bin nur am Reden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie hier ein Überraschungsein hat in der Hand von Trolls. Okay, die Schokolade essst du aber nicht, ja? Okay, dann gib mir die Schokolade. Schokolade über. Schokolade über. Ja, Schokolade über. Okay, gibst du mir die Schokolade jetzt bitte? Dankeschön. Willst du aufmachen? Achso, wolltest du aufmachen? Oh, sorry. Hattest du einen Arsch. Hattest du einen Arsch. Ich habe es niemals verstanden. Hattest du? Scheiße, ich habe es jetzt kaputt gemacht. Naja, egal. Einfach ignorieren, dann vergisst sie es schon. So, ich finde alle Kapuße gehen. Look at you, dos. Wow. Wow. Übrigens wurde mein Termin vorverschoben. Also wegen dem coolen Sculpting. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, weil die Chefärztin will dabei sein. Und ja, das haben wir jetzt nicht um 14 Uhr, sondern um 10 Uhr. Und jetzt bin ich noch aufgeregter. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, weil ich die ganze Zeit zwischen Instagram und hier hin und her schwanke, weil ich jetzt nicht immer was erzähle. So, ihr seid wieder zu Hause. Auch, der ist fleißig am Kochen. Ich habe den heute echt ein bisschen genervt. Ne, Schatzi? Ne? Wir waren nämlich... Wir waren die beiden Pakete abholen, dann haben wir probieren, dass Geburtstag einkaufen. Und der Arme. Ich wollte eigentlich Köpfe machen, aber wir haben einen ein bisschen länger gebraucht. Deswegen machen wir jetzt eine Hackfleischpfanne. Die Tomaten, Zwiebelchen. Was da drin? Einfach nur Öl. Die türkische Paprika. Die grünen. Die türkische Paprika. Voilà, die kriegst du beim Türken nur. Die grünen Paprikas vom Türken. Die langen Spitzpaprikas. Haben wir diese Dosen Tomaten? Ja. Draußen. Das ist für ein Danklöse. So, unsere erste Prinzenrollenbox ist da. Ich wollte euch die mal zeigen. Ich habe die auch das erste Mal jetzt bekommen. Also, ich habe die auch gemacht. Und der war direkt... Ihr kennt ja Prinzenrollen, ne? Ich kann es noch aus meiner Kindheit. Einmal das. Zum Knabbern und Küssen. Einmal das. Dann war da so eine Tasche mit drin. Also, so ein Rucksack. Tonbeutel. Das werden wir aber für die Kinder einpacken. Hier steht, sei immer du selbst. Außer du kannst ein Prinz sein. Wow. So, hast du verstanden? Ein bisschen deutscher. Ich glaube, wenn du in Deutschland selbst bleibst, die machen dich kaputt und kaputt. Naja. Dann zeigen wir mal, was wir ein Stückchen haben. Wir haben sehr viel davon, wirklich. Wir haben einmal Schoko-Double. Das sind so einzelne Packungen. Das ist wohl noch neu. Das haben wir zweimal. Dann haben wir viermal nochmal Schoko-Double. Genau. Das kann man perfekt in irgendwie Schulraunzen reinpacken. Wenn man Kinder hat. Oder wenn man zur Arbeit geht. Dann haben wir zwei Packungen von der Prinzenrolle. Die sind auch einzeln verpackt. Die sind so einzeln verpackt. Total cool eigentlich. Finde ich. Wow. Jetzt kommen sehr viele Prinzenrollen. Einmal Prinzenrolle 60er Jahre Design. Einmal das. Dann Prinzenrolle 70er Jahre Design. Prinzenrolle 50er Jahre Design. Das sieht man aber auch. Dann haben wir hier Prinzenrolle Milchschatz. Ich glaube, das wäre was für Milch. Das haben wir auch zweimal da drin. Also wenn ihr Prinzenrolle-Fans seid, dann müsst ihr die bestellen. Dann haben wir Prinzenrolle Choco-Duo. Also innen auch mit Schokolade gefüllt und außen auch. Dann haben wir Kohle. Vollkorn. Auch gut. Das haben wir sogar zweimal mit Vollkorn. Und Choco-Duo haben wir auch zweimal. Das ist die Box. Ich verleg' euch die mal unten. Falls habt ihr da Interesse dran, dann könnt ihr euch da mal umschauen. Ihr wisst, ich bestell die Brandnuss-Box schon seit 4-5 Monaten. Ich zeig' euch die auch immer. Und ich war bis jetzt eigentlich mehr zufrieden. Aber bei der Prinzenrolle könnt ihr nichts verkehrt machen, wenn ihr die Prinzenrolle liebt. Ich soll jetzt nicht das alles wieder gerade liegen. Also wenn ihr so ne Box bestellt, seid ihr erstmal, wie denn heißt. Das Jahres. Versorgt. Ich glaube, ich hab's wieder richtig hinschauen. Schaut mal. So. Dadadadun. So ihr Lieben, ich muss jetzt Wäsche aufhängen. Ich hab's voll verpeilt. So. Und bei meinen Haaren. Was sind meine Haare los? Die Babyhaare hab ich wieder bekommen. Ich muss wirklich sauber machen jetzt gleich. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, weil ich hab noch 41%. Das geht eigentlich noch. Ich muss das Badezimmer sauber machen wieder. Dann muss ich das Wohnzimmer sauber machen, weil Lene hat wieder mit den Fingern am Ding ins rum. Ey, das ist gefährlich. Nein. Lene hat wieder am Ferse rumgetatscht mit ihren Fingern. Nein. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Bitte, ne? Sie versuchte ihre Finger in die Steckdose reinzustecken. So. So. Und er ist wie gesagt am Arbeiten. Das Gute ist auch am Samstag und am Sonntag frei. Samstag hab ich ihm jetzt versprochen. Samstag ist sein Tag. Ich weiß ja, dass er am Abend wieder mit mir ist. Von daher ist das okay. Und... so machen, dass ich ein Boxershort anziehe und ein Sport-BH. Ich guck mal morgen bei H&M. Und wir haben jetzt 20% auf alles. Morgen müssen wir echt viel machen. Das willst du essen? Okay. Gleich, ja? Jetzt nicht. Okay? So ihr Lieben, ich mach dann mal die Wäsche. Nein, das muss ich sauber machen. Ich schau für mich an. Wenn wir mal die Wäsche... Ja, ich schau dir mal ganz viel damit. Na garanz an. Untertitelung. BR 2018